Ja, hallo Freunde der Spiegelton und willkommen zurück bei They Are Billions. Das LP, was aus dem totgesagtem Raum wieder auferstanden ist. Warum habe ich minus drei Nahrung? Ach ja, stimmt. Ich habe ja ein neues kleines Dorf gebaut. Auch fragwürdig, wie wird es sein, wenn ich vom Norden angegriffen werde? Energie habe ich 175 noch. Mmmh. Ja, es wird alles super hier. Gebt mir mehr Sägemühle. Gib mir mehr Gold, mehr Energie, mehr alles. Und auch, ja, wird schon. Wir arbeiten dran. So, schon generieren wir 104 Holz. Ich hätte das besser aufteilen sollen hier. Obwohl, die Farm hängt zu nah dran, ne? Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, 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 tuh Aber es passiert das, was ich auch haben wollte. Ich generiere bedeutend mehr Kohle. Dafür machen wir es ja hier. Nur fürs Geld. Gib mir Kohle, Kohle, Kohle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tja, gute Frage, nächste Frage. Oh, ich weiß wieder wo. Somebody to use. Yes? Genau, gradet die Scheiße mal ab. Tja, wo kommen sie? Wo gehen sie hin? Wahrscheinlich halb rechts, halb links, ne? Ihr bleibt mal stehen. Ähm... Okay, sieht aus, wenn die auf den rechten und auf den linken hier gehen. Damit kann ich umgehen. Damit kann ich vielleicht umgehen. Was? So, da kommen sie. Ich meine, da kommen sie, ähm... Dass meine Truppen langsam von hinten kommen. Tja... Was willst du machen? Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Vor allem der rechts sieht scheiße aus. Zieht euch zurück. Tja, tut mir leid, ihr zwei Thanatos da vorne. Ach nee, ihr werdet wohl sterben. Hm. Ich bin in der Füße. Ich bin in der Füße. Das ist einfach. Ach, ja... Jetzt sieht man die Scheiße da rechts. Ja, 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 es wird alles attackiert. Aber ich hatte den Weg zugemacht, ne? Hatten wir irgendwo nochmal Holz verwendet? In den äußeren Wellen, aber betrifft das wirklich nur hier den inneren Bereich. Wie ich das richtig gesehen habe, war es nur der innere Bereich. So, repariert. Ähm... Na komm, ich habe extra ein paar Leute hier stehen gelassen. Energiesorgen haben wir auch inzwischen. Ach, warum nicht? Warum feuerst du nicht auf den? Danke. Danke, dass du deinen Job machst, so in etwa. Ich brauche mehr Soldaten. Mehr Soldaten. Alles. Alles brauche ich mehr. Das war's. Ja? Ja? Grabe. Das war's. Ich reduzi. ... Du bist. Kohle. Oh le, hallo. Oh le, hallo. Hm, mir fällt gerade auf, dass ich keine Einheit auf 0 legen kann. 9 ist der letzte, den ich markieren kann. Oh le, hallo. Wirklich? Wir stecken die dazwischen fest? Boah. Kann ich die auch so fest markieren, dann würde ich die aufs Seben legen und es klappt wirklich. Ich lasse den Ball hin. Also beziehungsweise, dass er sich zusammenschließt. Dann halt so. Darf ich jetzt die Tore setzen? Ja, danke. Okay. Cool day to blow up things. Okay. 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 Ja, ja. Speicher. Okay. 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 Dann kümmern wir uns wieder ein bisschen. Ähm. gerne noch eine Seegemühle hier vorne. da geht das nicht. das sperrt mir den Weg ab. Okay. Okay. Dann können wir die Scheiße dicht machen. Dann können wir die Scheiße dicht machen. Nein. Ich möchte nur hier zwischen einsetzen. mehr Geld. Tag 82. Jahr 60. Tja, ich habe dieses Gefühl, es könnte vielleicht doch ein bisschen knapp werden. Also ressourcentechnisch oder verteidigungstechnisch oder einfach alles technisch. Was cleaning my weapon. You again? Wad. Tell me. Reporting for duty. Bis auf den Tesla Tower gibt es auch nichts mehr zu bauen, ne? Stein. Stein. Attention. Building completed. Reporting for duty. Tanatus. Ready and cool. Okay. Okay. Oh, okay. Wait. We're not. It's a good time. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Hm. Da müsste ich auch erst mal durchfressen. Shit, ich weiß einfach, dass ich nachher verkacke. Ich spüre es einfach schon. Ich spüre es einfach. Das ist alles. Ich spüre es letzte Nacht. Ich spüre es einfach. Ich spüre es einfach. Ja? Ich spüre es einfach. Ach ja. Ich krieg bestimmt noch eine Welle, bevor die Finalwelle kommt. Ich spüre es einfach. Begleitet. 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 Ja, es fehlt wieder mal an Nahrung. Machen wir fällig. So. Doch Stein ist ein Problem und auch Energie bleibt ein Problem. Es bleibt einfach alles ein Problem. Wenn ich Kraftwerke baue, habe ich nur noch mehr Steinprobleme. Ich glaube für die erweiterten Windräder gibt es jetzt auch nicht mehr so viele Plätze. Ach, scheiße. Das ist nicht mal ein erweitertes. Das ist normales Mühlenrad. Das möchte ich nicht. Ich möchte das hier. Danke. Ich habe aber noch drei Windräder, die hier rumstehen, ohne dass sie das höchste Level haben. Tanatos-Ausbildung wieder abgeschlossen. So, die letzten drei Windräder, die man noch upgraden konnte, sind jetzt auch. Probe. Ja. 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 Söder war mir so wenig Qualernwelle vor. Also wer sich jetzt wundert, dass ich gerade meine Truppen so aufteile? Ja! Die Tenatos brauchen ja auch ziemlich lange. Bis die irgendwo sind. Da setzen wir auch nochmal zwei. Okay, ready to burst some infected. Commander? Stop staring at my muscles. Wath. Ach, da unten habe ich schon zwei stehen. Äh, Moment, dann warte. Die Steinteile muss ich auch upgraden. Also die Türme, beziehungsweise wenn ich, und Holzwelle habe ich ja auch noch ein paar. Ja. Oh, yeah. Die Steinteile muss ich ja auch noch ein paar. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall das Maximum an Gebäuden erreicht. Was ich mir zutrauen will. Tannitus, ready and cool. Irgendwann habe ich das Gefühl, dass die daran geschraubt haben, wie viele Arbeiter Häuser zur Verfügung stellen. Gibt ja gar keine Arbeiter-Probleme mehr. Ich mache jetzt in den Patch-Notes sowas in die Richtung. Tannitus. Tannitus, ready and cool. Das war's. Kein Hüttenpotenzial mehr. Kosten tausend, äh, beziehungsweise kosten hundert pro Blade. Alles so nah am Kartenrand, toll. Und Geld alle. Da ist das neue Geld direkt. Aber Eisen ist jetzt, Eisen tendiert jetzt auch gegen Null. Was? Tja, haben wir keine Welle mehr in der Folge. Sehen wir uns nächstes Mal wieder, ne? Wenn's wieder heißt Let's Play They Are Billions, ähm, nah dran am finalen Tag von 75%. Bis dahin, Schöle, euer Imperator. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Tannitus. Ready and cool. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.